Hallo und herzlich willkommen zur niegelnageln neuesten Filmkritik hier beim Tele-Stammtisch. Und wir haben uns mal wieder persönlich getroffen, denn wir sitzen jetzt hier in einem Café in der Frankfurter Innenstadt, schlürfen ein bisschen Kaffee und Apfelschorle und wollen über einen Film sprechen, den ich mal wieder überhaupt nicht gesehen habe, sondern nur der heutige Gast, den ich hier heute begrüßen möchte. Jemand, den ich schon bei einer anderen Aufnahme am Start hatte, die ihr aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört haben werdet. Das war grammatikalisch völlig korrekt. Moin Jan. Guten Morgen Andi. Dürfte ich eigentlich deinen Namen sagen oder wollten wir dich anonymisieren? Mein Name ist schon okay, den kannst du auch gerne nennen, ja. Alles klar, Kevin, machen wir. Kein Problem. Heute soll es um einen Film gehen, den du für uns geguckt hast, auf den du ein bisschen Bock hattest, denn du hattest Urlaub und konntest den zeitlich eben auch mal wahrnehmen, die Pressevorführung. Der Film trägt den Titel The Darkest Minds, die Überlebenden. Der Film kommt am 16. August, das ist also morgen, in die deutschen Kinos. Geht, glaube ich, 104 Minuten. Und ist so ein Science-Fiction-Teenie-Thriller, zumindest ist das, was das Internet sagt. Wird wahrscheinlich, ich glaube noch vorstelle, ab 12. In die Kinos kommen alles Vergabe von 12, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, es gibt durch, also ich von dem Cast kannte ich irgendwie exakt gar niemanden. Und Directors Jennifer Who Nelson. So, damit haben wir die wichtigsten Sachen alle abgehakt. War das der letzte Film, den du gesehen hast, oder hast du schon noch etwas Neues geschaut? Das war der letzte Film, den ich geschaut habe. Ist ja auch nicht so lange her, sage ich mal. Ist vor kurzem erst gewesen, genau. Und, ja, also ganz im Ernst, ich habe den Film nicht gesehen, muss aber sagen, ich hatte auch nur so semi-Bock drauf irgendwie. Weil ich nämlich den Titel angeschaut habe und ich glaube, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Denn ich habe das Gefühl, der Film könnte eine Mischung sein, aus sowas wie Hunger Games, aus dieser Labyrinth-Dingsbums, dieser andere Teenie-Film, den es halt gerade gibt, wo er auch der dritte oder der vierte jetzt gerade ins Kino kam. Das meinst du, ja. Und ganz im Ernst, und natürlich X-Men, ja, weil offensichtlich haben die Leute, die da mitspielen, irgendwelche Megakräfte. Und naja, gut, da hatte ich jetzt nicht so richtig Bock drauf, weil, wie gesagt, ich das Gefühl habe, als wäre ich da irgendwie nicht so ganz die Zielgruppe. Und wir wollen hier heute mal ein Experiment starten. Ich würde einfach mal darauf los spekulieren, ohne den Film gesehen zu haben, worum es ging. Und du sagst doch mal, wie nah ich dran war. Das versuchen wir jetzt auch mal. Ich habe mich, also vorher nicht belesen, nur den Trailer gesehen. Und, jo, also wir haben offensichtlich, gibt es keine Kinder mehr, doch Kinder sind quasi, es werden keine Kinder mehr geboren. Und wenn Kinder geboren werden, dann haben die Kräfte. Das sagt der Trailer. Also alle Kinder haben Kräfte, oder zumindest die meisten. Und dann werden diese Kinder in irgendwelchen Lagern, Konzentrationslager-ähnlichen Einrichtungen anscheinend quasi verwahrt oder da beherbergt. Und mir scheint auch, als würden die da trainiert. Also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn man aus diesen Kindern Waffen machen wollen würde. Die sehen alle aus wie so Quantanamo-Gefangene. Das hat der Trailer auch schon gezeigt. Und anscheinend will man da ausbrechen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da gibt ja diese Protagonistin, von der du uns auch gleich erzählen wirst, wer das ist. Hier stauchen jetzt verschiedene Namen auf. Es könnte diese Ruby gewesen sein. Genau. Ja, siehst du. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn die da jemanden kennenlernt und die sich richtig gut mit dem versteht und dann irgendwie so ein Liebes-Dingsbums entsteht, wie das halt bei so, die sind alle so um die 16, würde ich schätzen, vielleicht auch 15. So ungefähr in der Größenordnung, wie man sich da halt so verliebt in solchen äußeren amerikanischen Filmen. Und im Endeffekt geht es darum, da auszubrechen und sich zu behaupten, so als rebellischer Jugendlicher dann auch mal richtig schön auf die Kacke zu hauen und den durch Soldaten und Militärmächte repräsentierten, quasi Erwachsenen eins auszuwischen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Ausbruch funktioniert. Ich glaube, wir sehen eine Riesen-Action-Szene. Also es explodiert andauernd ständig irgendwas. Es muss Michael Bay ähnliche Zustände haben, denn die haben ja alle Kräfte. Da gab es irgendwen, der hat was mit Feuer gemacht. Das habe ich schon gesehen. Ja, und lass mich raten, irgendwann gibt es eine Szene im Wald, wo sie sich dann ihrer Verantwortung bewusst werden und überlegen, dass sie jetzt alle Kinder auf der ganzen Welt befreien müssen. Das wären jetzt nur so meine Theorie, meine Ansätze zur Handlung. Wie nah liege ich da eigentlich so dran? Es geht, um genau zu sein. Also du hast schon eine nahe Idee, wie es dazu kommt, aber tatsächlich ist es faszinierenderweise doch ein bisschen anders diesmal. Weil eigentlich wollen die nur was Süßes und dann ist der Film vorbei. Genau, ein bisschen was Süßes und ein bisschen Action. Das ist ja wichtig heutzutage. Und so sollte man das ja eigentlich auch machen. Weil das kommt ja total super an. Erzähl mal, worum geht es denn eigentlich? Also es geht ja tatsächlich um diese Ruby, was die quasi Hauptfigur ist. Wir werden am Anfang, werden wir in einen Caf irgendwo in Amerika entführt und dort ist eine kleine Familie. Die Familie von Ruby. Die sehen dann in den Nachrichten, es kommen immer mehr Vorfälle durch diese, wie du gesagt hast, diese Fähigkeiten. Dann hat man schon mal die Familie von da gesehen. Die sind ein bisschen miteinander am Familie sein. Und dann wird quasi erklärt, worum es da geht. Also die haben dem Ganzen sogar einen Namen gegeben. Am Anfang haben sie gesagt, das würde eine Krankheit darstellen. Die I-A-A-N, so nennen sie die Krankheit. Das ist die Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration. Also Bescheid. Da hast du richtig, muss man mal sagen, du hast richtig Notizen gemacht. Also besser vorbereitet als ich. Wenn ich so häufig bin. Ja. Und das ist diese Krankheit, die ist ausgebrochen und die hat nochmal eine Sitz zur Folge? Genau, das ist die Krankheit. Also die Krankheit prinzipiell würde ich sagen, das ist einfach ein Stadium von Evolutionsaufstieg für die Menschheit. Weil dann dieser Krankheit fällt nach und nach immer mehr auf, dass jedes Kind dieser Krankheit in Anführungszeichen unterliegt. Also alle Neugeborenen quasi dann? Alle Kinder. Alle, die schon Kinder sind, bis 17 Jahre ungefähr. So was. Zufall auch, ne? Ja, es gibt tatsächlich auch welche, die sind schon älter, bei denen das auch schon ausgebrochen ist. Keine Ahnung, ich schätze mal, der Älteste wird gewesen sein, um die 20 rum. Und da war das Anfangsstadion, wo das aufgefallen ist. Und dann wird auch erklärt, dass diese Krankheit quasi in fünf, glaube ich, genau in fünf Kategorien unterschieden wird. Die haben das Ganze natürlich farblich gekennzeichnet, damit auch jeder Bescheid weiß. Die Person ist grün, blau, rot, orange und gelb haben wir da. Ja, grün, ganz einfach gesagt, grüne sind, die haben eine außerordentliche Intelligenz, können, wenn sie ihre Fähigkeiten aktivieren, auch eine schwere, schwere Rechnung per Augenblick berechnen. Also die haben einfach diese Fähigkeit, super intelligent zu sein. Die sind mega smart. Also so wie ich wäre dann grün quasi, ne? Äh, ich glaube nicht. Okay, also ich merke schon, lass mich raten, das sind alles verschiedene Kategorien. Lass mich raten. Es gibt welche, die sind super stark. Es gibt bestimmt welche, die können, ich habe einen Trailer gesehen, die können Feuer speien und garantiert auch Telekinese. Was witzig ist, das super stark fällt raus. Ui. Das fällt einfach raus. Es gibt ja wie diese Intelligenten. Dann gibt es die blauen, wie du schon sagtest, Leute, die Sachen rumschmeißen können, Telekinese. Die werfen hier LKWs rum und all so ein Zeug. Dann gibt es die Kategorie Gelb, die für mich irgendwie ziemlich interessant klingt und zwar elektromagnetische Kräfte. Die können, wenn die ein Kabel anfassen, gehen überall Blitze rum. Also die können quasi Blitze erzeugen mit der bloßen Berührung ihrer Hand. Und zwar können die damit auch die Energie in unserem Körper quasi, wenn die dich mit der Hand berühren, verbrennen die dich quasi mit ihrer elektromäßigen Fähigkeit. Ja. Das ist auch noch nutzbar. Dann kommt das ganze Rot. Das ist schon das Gefährliche. Die haben das dargestellt in so einem Dreiecksdiagramm, wo dann ist Grün, Blau, Gelb, Rot und Orange ist die Spitze. Wie die Pyramide quasi. Wie die Essenspyramide. Genau, wie die Nahrungsmittelpyramide. Genau. Dann kommen die Roten. Die können Feuer spucken und so Feuersachen machen. Was ziemlich cool ist eigentlich, aber die sind halt schwer kontrollierbar. Weil das sind so, sagen wir mal, temperamentvolle Leute, die dann einfach halt mal Sachen anzünden, weil sie es können. Ja. Und lass mich raten, er oder sie wird gespielt von vielen Spaniern und Italienern, weil die sind nämlich so temperamentvoll. Das könnte tatsächlich sein. Man hat aber tatsächlich gar nicht so viele Rote gesehen. An der Anzahl vier ungefähr. Sind die Normalverteile? Also gibt es von allen gleich viele oder gibt es so viele, die gibt es häufiger? Also es gibt, die meisten sind grün und dann geht es wie in dieser Pyramide nach oben. Blau gibt es weniger, Gelb gibt es weniger, Rot gibt es weniger und Orange gibt es tatsächlich nur zwei. Und das ist das Pärchen? Nein, tatsächlich nicht. Okay, ist doch nicht so verhersehbar, habe ich gedacht. Nicht ganz so, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Orange, was das gefährlichste und seltenste ist, Telepathie. Die können also, wie Xavier auch, können die deine Gedanken kontrollieren, manipulieren und dafür sorgen, dass du machst, was die möchten. Und das auch in einem sehr, sehr großen Radius und Umfang. Du hast jetzt gerade auch Xavier in den Raum geworfen, also quasi die Parallel zu X-Men scheint ja irgendwie da zu sein. Die X-Men sind natürlich deutlich vielschichtiger, jeder X-Men irgendwie so gefühlt seine eigenen Kräfte. Genau. Hier gibt es eben diese Kategorien, aber es wird ja als Krankheit bezeichnet, nicht als Mutation oder wie wir das glauben. Ja, genau. Wer hätte es gedacht? Natürlich der Präsident stellt es als Krankheit dar und sagt auch, er würde versuchen, die zu heilen. Denn sein Sohn ist natürlich auch davon befallen. Und er hätte gemeint, er hat seinen Sohn schon geheilt. ist das, was der Leitspruch von der aktuellen, nennen wir es mal, Politik ist. Wir können euch heilen, ist der Leitspruch. Denn mein Sohn hat es auch schon geschafft. Und er will alle Kinder, weil alle Kinder sind betroffen, will er heilen. Genau. Er will die Krankheit auslöschen. Genau. Oder will er die Kinder auslöschen? Er will versuchen, die Krankheit auszulöschen. Mhm. Seiner Meinung nach. Das kommt dann aber später noch in einer anderen Variante. Ja, da kommen wir mal zu diesen tollen Lagern, ja. Und zu der Hauptfigur, der dann, ja, wo ihre Fähigkeit bricht aus, wo sie, sagen wir, zwischen fünf und sechs ist, bricht diese Fähigkeit aus. Und sie selber merkt das erst gar nicht, dass sie ausbricht. Und dann geht sie nachts zu ihrer Mutter, weil ihre Mutter hat Angst um sie, weil die ganzen Kinder ja entführt werden wegen den Fähigkeiten halt. Bricht eine Fähigkeit aus, wird ein Kind abgeholt und wird in so ein Lager gebracht. Ob die wollen, ist egal. Der Präsident hat gesagt, wir heilen euch in dem Lager. Genau, wir bringen alle Kinder in diese Lage, bei denen das ausgebrochen ist. Weil die Angst haben, dass es ansteckend ist. Auf jeden Fall, ihre Fähigkeit ist ausgebrochen. Sie geht nachts zu ihren Eltern, weil alle traurig und so, oh, mein Kind kommt vielleicht auch weg, wenn das ausbricht. Und in dem Moment bricht ihre Fähigkeit aus. Sie hat gerade die Hände von ihren schlafenden Eltern in der Hand. Ihre Fähigkeit bricht aus. Das merkt sie selber natürlich auch. Ihre Augen fangen dann an, orange zu leuchten. Super cool, sieht echt gut aus. Also den Effekt, den finde ich super. Den haben die wirklich gut eingebracht. Ja, und zwar ist ihre Fähigkeit ja auch die Telepathie. Am nächsten Morgen geht sie zu ihrer Mutter runter und sagt, hallo Mama und ihre Mutter guckt sie an. Wer bist du? So hat sie quasi mit ihren telepathischen Fähigkeiten aus Versehen ihre Existenz aus dem Leben ihrer Eltern gelöscht. aus Versehen aus dem Leben. Das ist natürlich eine sehr ungünstige Sache. Also sie ist quasi voll weise. Genau, das ist, genau. Und weil ihre Mutter weiß ja, dass das ist ein Kind, sperrt sie in der Garage ein und dann kommen die Leute und holen sie ab und bringen sie in dieses Lager rein. ist ja klar. ist ja klar, ja. Oh nein, da ist ein Kind, das könnte eine Fähigkeit haben, warum ist dieses Kind hier Angst? Das ist ja wahrscheinlich der Grund, die Angst der Erwachsenen. Oh nein, die könnten uns übertreffen und sind gefährlich und sowas. Weißt ja, Menschen haben Angst vor anderen. Unbekanntem. Genau, Unbekanntem. Ja, auf jeden Fall, sie kommt dann in dieses Lager, kommt dann in so einen Raum zu einem Arzt, der die einstufen soll. Und da sieht man dann wieder diese Pyramide da und in seinem Computer, der macht dann macht auf jeden Fall ein paar Tests mit ihr und in dem Computer wird dann angezeigt, Orange sofort eliminieren. Weil Orange ist äußerst gefährlich, ja. Wegen der Telepathie halt. Weil die alles manipulieren kann. Deswegen ist die Pyramide da oben auch so dünn. Genau. Weil die nicht getötet werden. Weil es halt eine Spitze ist, sag ich mal. Ja, genau. Und dann zieht er auf jeden Fall so eine Spritze raus. Ich stelle sie mal eine Sofort-Tötungsspritze mit schönen Chemikalien drin. Wer weiß was. Dann will er sie spritzen. Sie fässt ihn an. Auf Berührung kann sie mit ihren Kräften ihn manipulieren. In dem Zustand, in dem sie gerade ist, die ist ja gerade ausgebrochen, die Fähigkeit. Sie kann sie noch nicht kontrollieren. Also berührt. Hat ihm gesagt, ich bin grün. Okay. Dann hat er gesagt, nicht gefährlich, grün. Damit wurde sie dann in das farblich einsortierte Lager eingesperrt. Alle farblich passende Klamotten an. Genau, das, was man ja auch im Trailer sieht. Die hat dann ihre grüne Uniform an. Wo sind wir jetzt gerade im Film? Prozentmäßig? Am Anfang noch oder später? Das ist sehr der Anfangspunkt quasi, wo sie jetzt in das Lager endlich reinkommt. Sollten wir vielleicht so Stück für Stück auch dann Ja, das kommt jetzt. Aber wir haben die Welt jetzt schon sehr ausgiebig und gut auch erklärt. Richtig. Viel gibt es ja nicht mehr, sage ich mal. Ach so. Dieser Ausbruchsversuch, wie du den schon genannt hast, den gibt es nicht. Mhm. Sie selber versucht nicht auszubrechen. Es wird nur irgendwann mal, fällt irgend so ein Sergeant auf, dass sie eigentlich gar nicht so schlau ist, weil die Grünen sind ja superintelligent, aber sie halt nicht. Also fällt das Thema auf, dann machen die noch mal so einen Test und dann fällt auf, oh nein, die ist ja doch orange. Da kommt eine Ärztin zu ihr und die Ärztin holt sie dann raus. Die nimmt sie einfach mit, zieht ihre andere Klamotten an und geht raus. Mhm. Ganz einfache Geschichte. Weil es einfach ein netter Mensch ist. Nee, weil die zu einer Organisation gehört, die die Kinder retten wollen. Aha. Genau und deswegen suchen die sich erstmal die starken Fähigkeiten, um die rauszuholen, damit sie die Starken auf ihrer Seite haben. Ist ja logisch. Brauchen wir ja, um die anderen zu besiegen. Klar ist logisch. Ist ja logisch, ja. Dann kommt so eine Verfolgungsjagsszene, weil es gibt wohl auch noch Kinder, die nicht gefasst wurden, die einfach so auf den Straßen rumfahren. Da kommt dann so eine Kopfgeldjägerin, fährt ihnen hinterher. Dann gibt es einen Autounfall, sie steigt aus, steigt in ein anderes Auto ein, wo dann drei Kinder drin sind. Mhm. Ihre Gefolgschaft quasi. Das sind dann Liam quasi die zweite Hauptfigur, Sue und Charles. Mhm. Charles grün, Sue gelb, Liam blau. Okay. Ja. Da ist das X-Men-Team. Genau, da ist das erste X-Men-Team, ja. Und sie sind quasi dann auf der Flucht so ein bisschen und da gibt es dann so ein sagenumwobenes so ein sagenumwobenes Lager, wo nur Kinder sind, da gehen die dann hin, um es grob mal anzusagen, weil die müssen das erst mal suchen und dann dann ist es, dann finden die das irgendwann und sind dann total glücklich, dass sie das gefunden haben und da ist dann die zweite, die zweite orange Person und zwar der angeblich geheilte Sohn des Präsidenten. Ist das der, den wir aus dem Trailer kennen? Das ist jetzt dieser Jungspunkt, also das Love Interest? Ne, das ist nicht das Love Interest. Ah ja. Das ist quasi sehr verworren. Genau und da sind die in so einem Lager, das sind nur Kinder, alle mit ihren Fähigkeiten, machen alle irgendwas. Aber dieser tolle orange Typ, der manipuliert halt alle außenrum. Irgendwann kommt dann die Situation, dann wollen die die vier, diese vier Kinder, die da ihre Gruppe haben. Mollern wir schon jetzt gerade krass schon viele? Ein bisschen ja. Vielleicht sollten wir dann da auch langsam Also es ist ein bisschen, es ist allgemein nicht so, wie du es gesagt hast, nicht so stupide wie sonst immer die Filme. Die gegen wir oder wir gegen die so. Genau, es ist ein bisschen dann verworren alles noch, aber es ist eigentlich eine recht okaye Geschichte. Am Ende sieht man dann noch das, was du mit dem, mit dem hier der Hunger Games verbunden hast, wo dir dann am Ende sich hier so eine Farbe mitfällt. Mit der Farbe, ist das nicht doof, das mitten in den Trailer zu packen? Das ist die Abschlussszene vom Film. Das sieht man ganz am Ende und da kommen dann noch so ein paar andere Dinge und das ist so prinzipiell eigentlich. Du merkst schon, ich bin ein bisschen skeptisch. Wer ist denn so die Zielgruppe des Films? Sind es Teenies? Ich würde sagen, Leute, die gerne die X-Men gucken, gerade wegen den Fähigkeiten und Umsetzung der Fähigkeiten, ist das vielleicht sogar ein bisschen sehenswert, sag ich mal. Es ist auf jeden Fall Science Fiction, wie schon die ganzen Fähigkeiten und alles. Dabei sind es ja eigentlich nur fünf verschiedene Fähigkeiten, wie ich gerade lernte. Das ist ja gar nicht ganz spannend. Kann das denn sein? Oder ist das schon noch gut umgesetzt und gut genutzt, die Kräfte? Obwohl häufig haben wir ja bei den X-Men und generell bei Superheldenfilmen, die haben ihre tollen Kräfte, aber so gefühlt kann jeder Autor damit das anfangen auch. Ja, also die benutzen, wenn die die Möglichkeit dazu haben, benutzen die die relativ gut aktiv. schön. Das ist auch sehr schön eigentlich gemacht. Wie sieht es aus mit der Optik? Du hast jetzt vorhin schon meint, dass dieser eine Effekt mit den Augen hat, dir sehr gut gefallen. Also es ist ja nun auch ein Film, in dem ein bisschen Budget steckt. Wie sieht es generell aus? Hätte dir das gefallen? Fandst du, das CGI wird tatsächlich einiges drinstecken? Also generell die Effekte halt. Also die Effekte, die sind gut gemacht. Die Feuereffekte, die man dann auch sieht irgendwann, die sind auch sehr geil umgesetzt. Also diese Feuerfähigkeiten von diesen unterschiedlichen fangen dann erst an zu leuchten und machen dann mit Feuer irgendwas. Was auch ziemlich cool ist. Und immer, wenn jemand so eine Fähigkeit einsetzt, fangen erst die Augen an zu leuchten. Also du siehst immer, wann die die Fähigkeiten einsetzen. Zum Beispiel bei den Telekinese Leuten, die leuchten blau die Augen und dann werfen die irgendwas rum. Okay. Oder die, die diese Blitze machen, die Augen leuchten Blitze. Oder die, die irgendeinen intelligenten Einfall haben, Augen leuchten. Ah, Idee. Das ist so ähnlich wie, das ist so ähnlich wie, wie das Fingergereibe von Vicky. Ah, okay. Also das merken wir schon. Ah, okay. Und dann noch vielleicht kurz mal zu den Charakteren. Wir wollen jetzt nicht alle namentlich durchgehen oder so, aber gibt es da irgendeinen, der dir jetzt aufgefallen ist, wo du sagen kannst, die Hauptdarstellerin, die war jetzt mal richtig gut. Also wie auch immer, der heißt Ruby, habe ich jetzt gerade schon, der heißt die wohl für die Figur. Genau. Die war richtig gut oder der Typ oder andere Leute oder gab es auch Totalausfälle? Häufig haben gerade kleine Kinder, die wir dazu überzeugen. Also die haben alle ihre Rolle relativ gut gespielt, sage ich mal. Ich war nicht so eher davon überzeugt. Die hatten alle nicht so mega viel Text. Es ging da mehr um, ich tue das jetzt. Und die Hauptfigur hat es auch relativ gut dargestellt. Dann in einem gedanklichen Duell mit jemand anderem, die hat es eigentlich schon relativ gut hingebracht. Aber die haben alle nicht wirklich so viele Texte. Die eine, die Sue zum Beispiel, die zu denen kommt, ist ein kleines Mädchen, die redet gar nicht, weil sie halt einfach keine Stimme hat. Okay. Ja, und man lernt auch nicht so viel von den Geschichten von den Protagonisten. Man sieht nur ein bisschen was von der Geschichte von diesem Liam, von dem Liebhaber dann von ihr. Das ist der mit den blauen Fähigkeiten, der aus dieser Heldengruppe ist. Also du siehst ein bisschen was von Liam und hörst auch was von dem. Aber von den anderen Zweien weißt du eigentlich so gut wie nichts. Du kriegst also keine großartigen Hintergründe zu den einzelnen Figuren. Nur den Hauptcharakteren hast du angesprochen, das mit den Eltern und so. Genau. Aber, sagen wir mal so, ihre Lieblingsfarbe kennen wir jetzt nicht. Nee. Nee, also man kennt von niemandem die Lieblingsfarbe. Man sieht nur, dass die irgendwie mal irgendwas gemacht haben, um jetzt in diese Situation zu kommen, wie dieser Liam. ist zum Beispiel irgendwann mal abgehauen. Der hat natürlich tatsächlich dieses Ausbruchsritual vollzogen. Mit dieser Sue zusammen ist der ausgebrochen. Und zwar in großem Maße, was man dann auch ganz gut sieht. Was dann auch gezeigt und erklärt wird während des Films. Aber so Grund zu den ihrer wo kommen die her und sowas. Das wird alles so ein bisschen außenrum, aber nur wenig erklärt. Gibt es denn am Ende die Möglichkeit einer Fortsetzung, sodass wir da vielleicht in folgenden Teilen ein bisschen mehr Tiefe kriegen können? Es muss eine Fortsetzung geben, weil es ist einfach ein offenes Ende. Ah gut, okay. Ein befriedigendes offenes Ende oder so ein nerviges offenes Ende? So ein offenes Ende, wo du dir denkst, ich könnte jetzt eigentlich tatsächlich die 20 Minuten hätte da jetzt auch noch dranhängen können, ja. Aber du sagst ja schon viel über die Story aus, wenn du glaubst, dass 20 Minuten reichen würden. Und man könnte auch offensichtlich einen Film basteln. Ja, richtig. Also, wie gesagt, auch von der Bewertung her würde ich vielleicht drei Sterne geben, allein weil ich die Effekte gut finde und weil ich es mal witzig finde, dass es halt tatsächlich mal eine andere Fähigkeitensache ist, dass wirklich alle Kinder die Fähigkeiten haben, nicht nur zwei, drei bestimmte. Nicht nur the chosen ones. Genau, sondern wirklich alle. Und dass man dann auch wieder sieht, dass der Mensch zum Beispiel, wenn eine Evolutionsstufe hochgehen würde, Angst davor hätte. Weil da sieht man ja direkt diese riesige Kluft. Das sind die Kinder, die können alle was und die Erwachsenen, die sind halt ganz normale Menschen. Ich will das eigentlich gar nicht noch weiter hinterfragen, weil ich glaube mal, so ein paar Sachen, die muss man einfach dann als gegeben hinnehmen und so. Weil wenn du dir überlegst, alle Kinder haben diese Kräfte, dann ist das ja schneller, als du zählen kannst, die Mehrheit der Menschheit. Da kannst du die tausendmal internieren und da irgendwelche Sachen versuchen. Das ist die Mehrheit und die kriegst du auch so schnell nicht da unterdrückt oder geheilt wieder. Die ganzen Sachen, die muss man schlucken. Ja. Diese Krankheit, kommt die einfach so? Ist die einfach so da? Gab es irgendeinen Unfall? Ja, das ist ja, also die bezeichnen das ja nur als Krankheit. Die schätzen mal, dass das gar keine Krankheit ist, sondern ein DNA-Nachteil oder nennen wir es halt einfach, wie ich schon mal gesagt habe, dieser Evolutionssprung in die nächste. Dass sich quasi an der DNA irgendwas verändert hat mit der Zeit, dass wir uns dann irgendwas Neues angepasst haben. Das ist doch mega unlogisch, dass das dann aber alle gleichzeitig haben. Richtig. Das passiert ja punktuell. Richtig. Ich sag nur, so, dann ist das plötzlich, also offensichtlich haben plötzlich, relativ plötzlich, alle diese Dinger so. Und ich weiß nicht genau, also ich wüsste jetzt nicht von größeren internen Lagern, die es in den Staaten oder weltweit, also klar gibt es überall Lager, aber also ich meine, du musst dir auch überlegen, die Lager müssen irgendwo herkommen, es muss aufgebaut werden und und und. Da habe ich jetzt also, sagen wir mal, ich könnte mir da schon die ein oder andere Logikfrage stellen jetzt bei dem Bild. Es gibt einige extrem große Logiklücken. Es ist, es ist ja auch jetzt, man sieht auch irgendwann im Film, sind die irgendwo unterwegs, sind in so einem kleinen Dorf und da ist halt niemand mehr. Da ist niemand mehr, weil alle Menschen sind in die Städte gezogen, weil die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Es gibt ja keine Kinder mehr, weil die Kinder sind ja alle in den Lagern. Mega gut, ziemlich düster alles, ne? Alles ziemlich düster gemacht, aber das ist halt einfach irgendwie ein bisschen außerhalb der Realität. Du kannst ja nicht einfach alle Kinder irgendwo hinpacken. Das ist ja, das ist ein bisschen weit hergeholt, dass sie plötzlich alle einfach wegschieben. Voll blöd für Toys R Us, tut mir voll leid. Ja. Ja, nice. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich einen sehr guten Rundumblick gekriegt und meine ganzen Befürchtungen, ich will nicht sagen, dass du sie zerstreut hast, aber ich glaube, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, könnte ich mir vorstellen, dass man genau das kriegt. Du hast jetzt deine Bewertung schon mal weggenommen, drei von fünf Punkten hattest du gemeint, würdest du dafür geben. Vielleicht kannst du einfach noch ein paar Worte nochmal so dein Fazit geben. Wem würdest du den Film empfehlen? Wem würdest du eher davon abraten? Genau. Also abraten würde ich auf jeden Fall den Leuten, die jetzt so einen richtig heftigen postapokalyptischen Film erwarten. Das hat nichts mit postapokalyptisch zu tun. Die haben einfach nur die Kinder weggepackt. Es gibt keine bösen Zombies, es gibt keine extra mutierten irgendwas Viecher. Es ist einfach nur wieder, dass die Menschen versuchen, ihre Angst quasi selber zu überwinden, es aber nicht schaffen. Okay. Ja. Prima. Das heißt also, postapokalyptischen Fans, denen würde ich es abraten, empfehlen. Aber es ist auch nicht so ein Film für ein Pärchenamt, oder? Die Liebestory ist schon ziemlich groß aufgebaut dort drinnen. Die hat dann auch sagen wir, eine traurige Wendung und so weiter. Wer ein bisschen auf Liebe steht, kann sich das schon anschauen. Das ist eine kleine niedliche Geschichte mit da drinnen. Aber prinzipiell, ich würde einfach nur den Leuten empfehlen, die tatsächlich gerade dieses Supernatürliche sehr gerne mögen. Ist ja einfach auch irgendwie ein Stück weit Fantasy alles, ne? Genau. Mega gut. Ja, Jan, Kevin, Marc, Uwe, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über The Darkest Minds zu sprechen. Die Unglaublichen ist, glaube ich, der deutsche Untertitel. Oder die und irgendwas, ist ja auch egal. Die ohne irgendwas, ich weiß nicht. Ja, genau. Und war meine Freude. Ich würde mich freuen, wenn wir es auch nochmal hinkriegen, dass wir uns vielleicht nochmal zu anderen Filmen zusammensetzen. Ich weiß, einen Film haben wir ja schon aufgenommen. Ihr könnt euch freuen auf eine gemeinsame Besprechung von Kin oder K-I-N. Das wussten wir auch nach dem Film nicht so genau, was zu sagen. Das stimmt. Wie der jetzt genau heißt. Da freut euch drauf, das dauert auch noch ein bisschen, bis wir die Kritik da veröffentlichen dürfen. War mir eine Freude. Bis zum nächsten. Mal tschaui. Tschaui. Achso, bevor ich es vergesse, ihr habt natürlich auch die Gelegenheit, hier zu kommentieren, zu liken, zu teilen und keine Ahnung, was für tolle, schlaue Sachen anzustellen. Auf Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr eben kommentieren und eben auch liken. Ihr könnt unter dem YouTube-Upload, den ich natürlich auch mache, in die Kommentarfunktion was reinschreiben. Ihr könnt den Spaß auf Spotify hören. Ihr könnt mir auch ganz klassische E-Mails schreiben und ihr könnt vor allem selbst mal daran teilnehmen, gerade bei der regulären Ausgabe, die wir einmal im Monat aufzeichnen. Dann freue ich mich immer über wechselnde Gäste, Leute, die einfach Bock haben zu schnacken, mit uns ein bisschen über Hobbys zu plaudern und ihr könnt mir glauben, der erwartet euch noch einiges an geilem Scheiß. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschau. Applaus 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 Applaus